Ergötzend. Ergötzend ist ein partizipiales Adjektiv zum Verb ergötzen. Man kann sich ergötzen an etwas, das heißt, man kann Freude haben an etwas. Man kann auch sagen, etwas ergötzt mich. Und so kann man auch etwas ergötzend finden. Man könnte eben sagen, befriedigend, ergötzend war die Virtuosität des Klavierspielers. Oder jemand war dabei, sich zu ergötzen an einem Kuchen. So kann man sagen, an einem Kuchen, sich ergötzend, ging er in den Raum. Oder an einem Kuchen, sich ergötzend, bemerkte er nicht, dass ein anderer in den Raum gekommen ist. Natürlich ergötzend ist ein etwas veralteter Ausdruck, der heute selten gebraucht wird. Er gehört auch zur sogenannten gehobenen Sprache.